Ausschließlich speziell. Eigens. Stadt in Sibirien. Irkutsk. Liederlich ausgeführte Arbeit. Fusch. Toilette. Fünf Buchstaben oder drei. Dann machst du dich nämlich wieder lustig, ja? Na ja, hab halt auch vor. Du, die ist da aber nicht auf. Die brauchen wir nur für die Deko, ne? Mhm. Na, wie läuft's in der Uni? Gut. Ich hab doch nächste Woche diesen Vortrag. Hab ich dir erzählt? Ja. Ach ja. Und er wird wahrscheinlich in Margotts Sammelwand abgedruckt. Schön. Und deine Doktorarbeit? Ja, wenn's gut läuft, Ende nächsten Jahres. Was? Dauert aber lang, oder? Interessiert dich eigentlich auch, was ich schreibe? Weil nur wie lange. Mhm. So.